Es ist ungewohnt, in so einer ruhigen Lobby zu sein. Sonst wenn ich irgendwo mitspiele, wird laut durcheinander geredet. Du kannst nie aussprechen und dann wird immer dazwischen gelabert. Da muss man erstmal reinschreien, dass alle mal ruhig sein sollen. Dann ist die Votingzeit schon fast vorbei. Verdammt ruhig. Ungewohnt für Amongas. So, alle ready? Danke fürs Wartenau. Viel Vergnügen beim Friedfertig. Ja. Auf geht's. Let's go. Let's go. Wir sind bereit für die Operation. Ja, wir müssen den Wasser aufbauen. Let's mute. Oh, die bin im Buster. Ach du Scheiße. So, ähm, neue Runde. Among Us. Bei WUS. Im Stream. WUS heißt der Typ hier. Ähm. Hi. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Ich bleib mal hier am Rand. Ich kenn noch hier nicht. Ich weiß nicht. Kommt da jemand. Kommt doch bestimmt. Genau wenn ich wende, kommt da jemand. Fuck. Ich hab bestimmt jemand wenden gesehen. Ähm. Navigation kann ich nicht so machen. Verdammt. Wird doch gleich reportet. Oh. Okay. Die letzten, die da zurückkommen sind zu Reaktoren. Solami, du hast mich doch gesehen, wie ich äh auch hinter dir gelatscht bin. Ich war nicht bei Navigation. Okay. Die letzten, die da zurückkommen sind zu Reaktoren. Solami, du hast mich doch gesehen, wie ich äh auch hinter dir gelatscht bin. Ich war nicht bei Navigation. Also ich glaub wir brauchen eh nur die Angaben, wo er zuletzt war. Wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Wo war der Brawler? Ich war Reaktor, Simon Says, und ich hab's immer dort verkackt. Okay. Wo war Ghost? Ich war Electrical. Electrical. Also wenn irgendjemand hier Blödsinn erzählt, einfach sich einmischen. Also es kann tatsächlich am Anfang der Runde, ähm, bevor Reaktor angingen, waren einer O2, einer Weapons, einer Navigation. Ich geh davon aus, dass einer von den beiden, die in O2 oder Weapons waren, den Kill gemacht haben. Weil der ganze Rest, der hat sich in der linken Fraktion aufgehalten. Ja. Deswegen gehen wir mal noch die Position durch. Wo war denn Hamster? Äh, ich war Storage zuletzt. Ich hab die, ich hab die Leiche nicht gesehen. Ich bin auch rechts da lang gegangen, über Weapons runter. Aber ich hab die Leiche nicht gesehen, das war ziemlich spät. Weil ich bin grad erst jetzt von O2 zu Storage gegangen. Die, die Leiche war Navigation, oder? Daniel, du bläst immer in Smike, sorry. Okay, wo war Mistik? Ähm. Wie weit war denn der Körper? Wie war drin war denn der Körper? Lass erstmal noch kurz hin, Leute. Wo war Mistik? Oder war der am Anfang? Ich war im Berg am Anfang. Also ich war in Camse und hab auch ähm, Daniel hinter ähm, Salami gesehen. Also das stimmt auf jeden Fall. Daniel, du bläst in Smike, ich sag's dir noch mal. Daniel, du musst eigentlich auch bestätigen können, dass ich den Kill nicht gemacht haben kann. Ihr müsst das Voting höher stellen, wenn ihr alle befragen wollt. In die Voting-Zeit. Es geht eigentlich, wenn die Leute halt die anderen ausreden lassen. Daniel, du musst dich muten. Du bläst die ganze Zeit in Smike. Wie oft soll ich's jetzt noch sagen? Sorry. Mensch. Juti. Das hab ich ja gut überlebt. Bisher. Oh, ein bisschen Lärm. Das ist so. Winklig als nächstes. Ich komm zu spät. Ab nach Electrical Kill. Ah, zu viele Leute hier. Ah, Light fixen kann ich nicht. Light kaputt machen. So, Mist. Sind halt gerade alle drin. So, hier hoch. O2. O2 machen gehen. Okay. Gefixt. Immer schön für Chaos sorgen. Das heißt, ich hab meine Electrical Kill. Ich geh grad noch eine Task. Geh ich mal hin. Geh ich mal zu Hause. Na. Hey, der andere Poster. Jetzt nicht von meinem Onkel. Ach, verdammt. Äh, Ghost, wo kommst du her? Ich kam von oben. Von wo oben? Von einem Lower Engine. Von einem Lower Engine. Kannst du bestätigen? Kannst? Eventuell. Wo war denn die Leiche? Drei sind mir entgegengekommen. Drei sind mir entgegengekommen. Drei sind mir entgegengekommen. Ghost, wo war denn die Leiche? Äh, in Lower Engine. Da war auch Paper Toad. Aber er war der Leiche. Äh, genau, genau. Warte mal. Ähm, ich hab, ich hab noch was höchst Interessantes gesehen. Ähm. War das eventuell wer, wer grad noch vor ein paar Sekunden im Reactor war? Oder noch ist eventuell? Ich bin nicht... Wer hat die da gesehen? Ich bin nicht... Also, die sind mir entgegengekommen. Hat sich runterlaufen. Ich glaub, es war noch ein Upper Engine. Wieso? Ein Upper Engine? Da, wo die Leiche liegt. Ein Lower Engine warst du? Ein Lower Engine warst du? Ja. Warst du zwischen Mad Bay und Upper Engine? Hm. Was sind mir entgegengekommen? Ich glaub, das war... Also, wissen wir jetzt nicht, wer im Reactor war vor, was weiß ich, drei Sekunden oder so. Also, ich kann Brawler rausnehmen. Die waren in Security. Die kamen alle von Security, die drei. Hm. Die ich gesehen hab. Das ist... Ja, ich kann auch Briss rausnehmen. Wo war Zwergi? Das waren Zwergi und Mystic. Ich war... Ich bin grad oben dort, genau dort bei... Oben bei... bei Mad Bay Richtung, auf dem Gang... Im Gang zu Mad Bay. Ähm, ja. Ich hab die Kameras rot blinken sehen. Weil... Das war doch glaub ich mit Oria. Das war beim Pfeifen, Daniel. Dann bin ich von Upper Engine runter. Zu gucken, wer bei Camps ist. Bin ich wieder hoch. Und dann bin ich auf Ghost gestoßen. Aber Ghost kann's ja nicht sein, weil der ist auch von oben gekommen. Ja... Aber ich... Ich erzähle ich jetzt, was ich gesehen habe. Ich erzähle ich jetzt, was ich gesehen habe. Ähm, ich stand da im Upman-Panel und dann hab ich zwei Lower Engine gesehen. Habe einen, ähm, sich nach Reaktor wenden sehen. Also nach Teleportieren sehen, ne? Und dann bin ich da hin gesprintet. Und dann lag dem Nobody. Wo warst du? Wo warst du? Ich war... Ich war... Äh... Zuerst bei Security und dann bei... Und Schluss. Okay, wo war Salami noch? Ich war rechts in No2. Ich weiß nicht, ob wir den haben, der aus Reaktor rausgekommen ist. Let's skip. No one injected. Das läuft ja halbwegs. Jetzt mach ich den Mad Bay. Vielleicht bietet sich hier noch was, was ich machen kann. Gerade mal jemanden killen. Jetzt steht's dran. Verschlossene Tür. Ja. Reaktor. Bleib mal bitte hier drinnen. Ich trau mich nicht. Das war ein Mist. Wo war die Leite? Ich hab nix gesehen. Ich hab einfach nur Report gespammt. in Electric Lover. Ich glaub der war vor den Leites. Ähm... Wer von euch war kurz... war vorher noch in Security? Mystik und Zwerge hab ich nur gesehen. Aha. Ich hab nämlich... Ich hab nämlich... Das Licht war ja aus. Also ich hab nur den Wett aufspringen sehen in Security. Als ich bei der Task... bei der Kappel-Tast da war. Also ich bin gerade im Cafeteria. Ich bin da grad... Ja, da bist du... im Cafeteria rumwerkeln. Ich war aber gerade gar nicht in Security. Nee, ich meine Läsche wundet. Nee, ich meine Läsche wundet. Ich bin auch grad nicht in Security. Ich bin komplett... Ich meine Läsche wundet. Ja, ich... Wie grad sagst im Cafeteria. Das ist... Ich war... Ich war wirklich jetzt gerade. Wären wir jetzt grad noch für ein paar Sekunden in Security. Ich nicht. Ich auch nicht. War ich die Sonne überhaupt in Security? Nee, ich glaub nicht. Kann mir nochmal jemand ganz kurz sagen, wo die Leiche lag? Ja. Ich hab sie gefunden. Wo? In Electrical. Vor den Leitz ungefähr. Ich hab einfach nur Report gespammt. Ja, dann wird man... Dann wird man nach... Ähm... Von Security nach Electrical gewandet sein. Und dann... Wo war... Wo war... Wo war... Wo war... Ich war glaube ich noch grad in Storage. Glaubst du? Ich glaube Zwergi ist von Security nach Electrical gewandet und den Kiel gemacht. Ist du nach Mad Bay gewandet? Ich bin nicht in Security in Mad Bay. Ich bin in... Ich bin in eine Cafeteria. Ich bin... Ich war nicht in der Nähe von Security. Nee, das ist... Ich bin... Ich war jetzt grad offen... Ich war wirklich in der Nähe... Ich bin von Mad Bay gekommen, aber ich war in Upper Engine. Ich war... Ich bin von der Upper Engine dort lang und... Also ich bin... Ich war gar nicht in Mad Bay drin. Das ist... Das kann nicht sein. Das ist... Das kann nicht sein. Äh... Ich bin jetzt zum Schluss mit Security gerade. Ja, das passt von der... Weil ich dann noch meine Carpentask gemacht habe. Dann noch mein... Ähm... Dabei... Der... Power akzeptieren. Mystic war wo? Und da hab ich mir in Wendung springen sehen. No 2. No 2. Jo, das machen wir. Wir müssen rollen right away, ne? Wen wollt ihr rollen? Also ich glaube... Ich glaube das ist Zwergi. Wieso? Ich bin... Ich war nicht in... Ja gut. Das hab ich vergessen zu rollen. Ich war halt in Cafeteria. Ich war nicht mal in Mad Bay. Ich glaube es wäre in Mystic. Das wäre so gut gelaufen. Das war ich leider wirklich nicht. Aber... Tja Mist. Und jetzt... Und jetzt wird der verponiert. Und jetzt wird der verponiert. Der Todi. So... Wo ist mein Imposterkollege? Kann ich den vielleicht irgendwie supporten? Kann ich für den noch irgendwas tun? Damit wir noch irgendwie die Runde gewinnen? Damit es irgendwie eine Chance gibt. Licht aus. Ist doch nicht Mystic? Wurde jetzt geläftet zum Schluss? Oder wie haben wir das jetzt gewonnen? Oder wie haben wir das jetzt gewonnen? Hat der Imposter geläftet oder was? Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das hätten wir noch gewinnen können. Das... Das war eine gute Imposterrunde. Das hätten wir fast noch gewonnen. Ich bin dann jetzt raus. Jo, gerne wieder. Also wer drei Runden hat, einfach runter. Ja. Ja. Ich geb jetzt das Essen wahrscheinlich. Das war erst mein Rund. Ciao. Bis dann, bro. Ich hab vor drei Runden ja Fastlane eingelöst. vellPULAND BELES GERMANN D 다